Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und so wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder mal um ein Achievement aus der Tiefenwindschlucht und zwar heißt es Marktdominanz. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen 100 Siege in der Tiefenwindschlucht erringen, während wir den Markt kontrollieren. Das Problem ist, wenn ihr das Achievement versucht habt, einen Sieg erholt habt, geholt habt, während ihr den Markt habt und nicht der Counter weiterging, dann liegt das daran, weil das Achievement ein bisschen buggy ist. Und zwar ist es hier nicht so, dass du mit dem Markt gewinnen musst, sondern du musst gewinnen, während du den Hof hast. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Trouble, da gehen wir jetzt weg. Und zwar hat Blizzard hier die Verbindung zwischen dem Achievement und dem Win ein bisschen falsch verknüpft. Heißt, es ist nicht der Markt, sondern einfach der Hof. Und wenn ihr dementsprechend das Achievement machen wollt, müsst ihr halt gucken, dass ihr den Hof am Ende haltet. Mehr ist es nicht. 100 Wins ist einiges. Ich kann euch raten, wenn ihr nur noch dieses BG braucht, dass ihr ganz einfach hier bei Spieler gegen Spieler reingeht und dann nicht hier random queet, sondern dass ihr dementsprechend spezifisch nur die Tiefenwindschlucht nehmt, da anmeldet. Und ja, vielleicht am besten mit ein paar anderen Leuten noch queet, am besten mit 1, 2 Heilern. Dann kommt ihr so ein bisschen schneller rein und könnt eure 100 Wins fertig farmen. Bei mir hat es tatsächlich relativ lange gedauert, bis ich die hatte, aber ich habe es zum Glück jetzt komplett fertig und dementsprechend solltet ihr halt wissen, der Hof ist das richtige Target, auf das ihr gehen solltet und nicht der Markt. Es kann natürlich sein, dass in ein paar Wochen Blizzard das mal spitz kriegt. Man hat es auch gemeldet, bzw. ich habe es auch gemeldet, dass es falsch verknüpft ist, aber die Achievement-Farmer unter euch wissen sicher, dass Blizzard bei Achievements nicht so hinterher ist und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch eine sehr lange Weile falsch verknüpft sein und ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr den Hof bewacht. An der Stelle kann ich nicht mehr zu einem kleinen Achievement sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwann feststellt, dass das umgebastelt wurde, also sprich, dass das dann wieder auf den Markt richtig gelegt wurde und dann bin ich an der Stelle raus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Ciao.